Das ist ein guter Verteidiger. Das müsste eigentlich der deutschen Mannschaft entgegenkommen. Oh, das ist zu spät. Möglichkeit zum Schnellangriff. Nowitzki für drei. Bingo! Nowitzki. Nowitzki. Ersan Ilyasova auch noch da draußen. Nowitzki. Nowitzki zu den Fraport Skyliners in der nächsten Paison. Nowitzki versucht seinen Wurf. Schwieriger Wurf. Jetzt aber Nowitzki in das Mensch. Aller sind im Spiel, haben Selbstvertrauen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig für die anderen Spieler. Ja, der zählt und Freiburg. Nowitzki, Ersan Ilyasova kapattet. Nowitzki, für drei. Ja. Ja. Ja, ja. Spielen die Uhr runter. Schöner Pass. Das war ein guter Pass. Ja, auf Nowitzki. Was ist denn das? Er kämpft wieder zurück. Ja. Oh, das war auch wieder ein schwieriger von Nowitzki. Das war der erste. Ja, der zählt. Für drei. Schön gespielt. Ja. Jawoll. Wunderbar. Das ist ein Foul. Ja. Ömer Biran denkersen . Streitow. Aber Ricky Rubio legt jetzt mal ein Zahn zu, ne Verteidigung. Ganz, ganz schwer für unsere Point Cuts, da den Ball nach vorne zu bringen. Nowitzki gegen Ibaka. Mit Brett fällt rein. Oh, nee. Den hat er nicht gemacht, oder? Aber die deutsche Mannschaft ist drin in dieser Partie und das ist die gute, die wichtige Nachricht. Nowitzki. Oh, ja!